willkommen zu einer weiteren folge fußemannischer 19 mit der karriere beim ersten fc köln ja mir ist im nachhinein aufgefallen wo ich die videos gemacht habe dass mein micro kaputt gegangen ist deswegen musste ich mir heute erst ein neues kaufen daher gibt es heute keine kompletter folge mit kommentaren von mir nur jetzt hier am anfang und der rest wird mit musik wie immer untermalt ich hoffe das micro funktioniert jetzt wieder das ist gut ich hoffe das wird nicht mehr wieder vorkommen ich entschuldige mich dafür ich wünsche euch ein angenehmes wochenende ist dann so 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 so